Oh, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Rainbow Six Siege. Sollte auch auf Aufnahme drücken. So, hallo. Ein Objekt haben wir schon mal gefunden. Das andere müsste dann auf der Seite sein. Hui. Hallo. Ach, verdammt. Ich habe gedacht, krach, kriegen die Wand. Und fallen dann daran runter, dann hätte er mich nicht getroffen. Zumindest habe ich es geglaubt. Aber es ist egal. So, jetzt machen wir mal auf hier. Naja, war ja nicht schon dran. Seil. So, wir fügen jetzt hier einfach mehrmals rein. Oh, verdammt. Vielleicht kommt der Mira nochmal wieder. Deswegen warte ich jetzt hier. Oh, wie lange bin ich denn? Ah, verdammt. Gute Runde auf jeden Fall. Eieiei, naja. Vielleicht habe ich immer ein bisschen zu lange gewartet. Und noch meine Position ein bisschen sehr offensichtlich verraten, indem ich da so laut bin. Sehr schön, dass er ihn getroffen hat. Zwei gegen zwei. Boah, trotzdem nie da geballert. Da hat er Pech gehabt. Unglücklich jede Menge Schüsse abgekommen. Ah, nur angeschossen. Scheiße. Und er weiß jetzt, wo er ist. Geh wieder raus. Okay. Du hast einen Mira-Fenster. Du kannst dadurch relativ gut gucken. 1,20 Uhr noch. Du hast eigentlich viel Zeit. Können wir dich noch irgendwie mit Dings unterstützen? Oh, sehr schön. Haben wir jetzt zwar nicht gesehen, aber zumindest die Schüsse durch die Wand. Ganz nice. So, und jetzt nur noch. Der Tatschanka ist tot. Ne, Smoke hat er gesehen. Oh, schade. Ganz knapp. Schade. So, na dann versuche ich jetzt mal ein bisschen besser zu spielen. Nicht ganz so, ja, dämlich mich anzustellen. Mal wieder diese schönen Stun-Granaten ausprobieren. Benutzen. Habe ich aber auch schon länger nicht mehr gemacht. Ich habe gefühlt nur noch Fuse gezockt in letzter Zeit. Und Smoke. Ah, sehr gut. Die, die Location gefällt mir doch eigentlich ganz gut. Ach, scheiße. Die hat ja gar keine Dings mehr. Oh, da haben wir gar keine Impact-Granaten mehr. Haben sie gemerkt, dass es vielleicht ein bisschen zu heftig war zum Roam. Verdammt. Hm. Na, dann mal jetzt hier Stachydraht hin. Das ist Kacke. Das gefällt mir nicht. Und hier nochmal Stachydraht davor. Dann sieht man die Falle noch schlechter. Und sonst? Naja, die ist ja eigentlich behindert. Die benutzen wir mal offensiv, falls wir sie brauchen. Dann tun wir jetzt mal so, als ob wir hier... Okay. Da ist schon mal keiner gewesen. Oh, da haben wir schon mal einen. Oh, was ist mit ihm Phase? Oh, schade. Er ist nicht hinten gegangen. Bam, Headshot. Sehr schön. Der erste ist weg. Obwohl er... Ich hab mich eigentlich... Ich hab mich eigentlich schon tot gesehen. Boah, Lucky Headshot. Aber warum hat die Bombe nicht ausgelöst? Schöne Ding. Läuft. Wir werden mal hier einer ran schmatzen. Na, ist jetzt... Nicht so... Gut gebaut. Aber ist egal. Na, wir gucken nochmal hier raus. Hier ist keiner. Kann ich die jetzt mal bitte wieder mitnehmen? Oh! Boah, verdammt. Auf der Treppe. Aber eigentlich müsste jetzt dahinter schon Puls sein. Der hat das Ganze nicht gecheckt. Super. Guck mal da auf dem Bau... Da... Hast du ihn nicht... Hast du ihn gesehen oder nicht? Er braucht gefühlt... Na, okay. Er braucht nur Puls kurz anschießen. Gut. Ich hab schon gedacht, nicht, dass er jetzt noch Puls wegholt. Aber Dings hat er halt dahinter gestanden. Schöne Ding. 1-1. So. Dann haben wir die Schmach der ersten Runde doch weggeholt mit zwei Kills. Das ist okay. So. Hm. Auf jeden Fall habe ich Bock. Hm. Snipern? Eigentlich schon, wa? So ein bisschen zumindest. Ne, ich nehme Ash. So, na dann, äh, hoffentlich haben wir auch noch einen guten Punkt. Das Snipern wäre halt auch... Ach man, scheiße. Über dieses entscheidungsfreudige. Äh, naja. Egal. Ich versuche einfach wie immer zu rocken. Hier ist keiner. Da hat man es schon gesehen. Und die hier. Uh. So. Und die andere Bombe finde ich auch. Ja, Sniper... Ne, Sniper wäre hier gut gewesen eigentlich. Mach mal zu. Ich bin jetzt im Gerät drin, ne? Der Gerät. Dann sieht man mich vielleicht noch schlechter. Gar nicht mehr schlecht. Der sieht mich schon mal nicht. So. Aber jetzt so richtig geil zum Angreifen ist die Position nicht... Meiner Meinung nach. Okay, wir haben Hibana dabei. Aber die werden halt die Außenwände hier oben... Halt definitiv... Beschützt haben. Ja. Das hat auch Bullshit. Weil hier kann man mich halt easy sehen. Okay, da hinten ist einer. Ich hab eigentlich keinen Bock gegen diese zu kämpfen. Drei gegen fünf? Alter, was ist denn hier los? Was? So. Ich mach einfach mal die Tür rauf, hm? Ah, verdammt. Ich hab ein bisschen daneben geschossen. Wenigstens angeschossen. Und Fuse konnte das Ganze beenden. Wer hatte... Achso. Blitz hat den Entschärfer. Schöne Ding. Also... Bin... Bin positiv für Dinge mit meiner... Mit meinem Team. Spielt sehr, sehr nice. Also, ich spiel jetzt auch nicht die schlechte Runde. Aber naja. Das könnte ja trotzdem noch ein bisschen besser laufen. So. Wir verteidigen wieder. Ähm. Hm. Wir haben ja einen Blitz dabei. Ach, hier. Ein Bandit dabei. Dann kann ich ja... Muss ich ja nicht im Jot zocken. Dann... Gönne ich mir mal, glaube ich... Glation. Na? Oh, okay, okay, okay. Das ist eigentlich ganz gut. Bin ich der Meinung. Finde eigentlich, wenn man nicht gerade Termit und Thatcher dabei hat, kommt man hier schlecht rein. Weil die Treppe hoch kämpfen ist immer so ein Ding. Und... Ähm... Die Fenster sind halt gut einsehbar. Verdammt. Also... Ja. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass es eher schlecht ist, hier diese Position anzugreifen. So, jetzt machen wir mal kurz Platz. Hier. We need. We need ein bisschen mit. Jetzt würde ich eigentlich eher offen lassen. Nein, nein, nein. Aber ich habe... Ich habe Kontaktgranaten, aber wo soll ich die jetzt eher einsetzen? Hier, Blitz. Äh, Bandit. Nicht da! Da, du Opfer! Ja. Der ist ja... Der ist ja schlau. Guter Bandit. Hätte ich mir doch Dings genommen. Dann gehe ich halt wieder nach oben. Ich habe gedacht, der steht vielleicht da dran. Sehr schön. Na, und er trifft mich wieder in Schädel, Alter. Ist so zum Kotzen. Naja, wenigstens wird er vergiftet, wenn er da reinkommt. So, da sind ja nur noch die beiden. Ach so, ich sollte mal 5 drücken, dann kann ich auch scannen. Scheiße. So, scheiße. Geht man nicht noch weiter raus? Die können doch nicht von hinten wegballern. Dann müsst ihr einfach warten. Ich frage mich, was das jetzt werden wird. Boah, da steht da einfach nur rum. Sehr schön. Schöne Ding. Und der ist der nächste. Schön. Sehr schön. Wunderbar. Da haben wir doch das Ganze noch gerockt. Sogar als erster. What the fuck. Ne, hier. Kann ja auch mal sein. So, ich würde sagen, wir sehen uns in einer wunderschönen nächsten Folge wieder. Also, haut raus, bis dann. Tschüss.